hey leute herzlich willkommen zu einem weiteren video nach unserem ganzen bookmaps educational videos machen wir jetzt back to the roots und wir machen wieder ein bisschen ninja trader wir machen ein bisschen trades anderen trade analysen und zwar machen wir mal wieder eine user trade analyse also die trades was jetzt im hintergrund seht ist nicht von mir die wurden mir zugeschickt alle von einer person und er hat gesagt schaut auch mal bitte meine trades drüber habe ich euch ja schon öfters angeboten also immer wenn ihr mal ein paar trades gemacht habt schickt mir mal so eine handvoll ich mache gerne dazu mal ein video und erkläre ich ein bisschen was dazu was natürlich immer super ist wenn die leute auch mein template benutzen weil einfach alles gleich aussieht und dadurch kann man einen gleichen look auf den in den videos halt halten und es ist für die leute die sich videos angucken die noch nicht so familiär sind also nicht so noch nicht so eingearbeitet sind und damit so vernünftig klarkommen und ich will das auge dafür entwickelt haben für ein footprint ist natürlich super praktisch wird alles immer gleich aussieht von daher danke dass du das template benutzt hast da fangen wir mal direkt an was war das das war ein momentums folge breakout trade nix mehr wir sehen wir haben hier quasi hoch angetestet der markt hat darauf reagiert wir sehen es kommen einige käufer rein ein paar aggressive käufer drin wir spiken aber nach oben hier kommt nix nach bis beiden wieder mal nach unten und dann das was er traded oder was er getradet hat das zieht sich jetzt wie so ein bisschen roter faden dadurch wir sehen immer er hat einen high volume bereich low volume bereich und dann geht er rein sobald der markt anläuft ist total okay ist ein sehr schöner trade er hat ein sehr schönes stop management hat schön sein stop nachgezogen ist voll okay natürlich kann man jetzt auch sagen man geht direkt am value heraus aber dadurch dass jeder moment umgebildet hat ist voll okay stop ist super also war ein sehr guter trade kann man nichts dazu sagen wir hatten ja auch schon leute die trades geschickt haben was eine vollkatastrophe war jetzt wollte ich mal zu ein zeigen mit guten trades man muss ja nicht immer nur die schlechten sachen zeigen aus den guten sachen kann man ja auch viel lernen und das jeweils kein trade das war eine frage von ihm da wollte in diesem high volume bereich nachdem wir hier ein paar mal low volume hat er gefragt ob es sinnvoll ist quasi in dem bereich jetzt in long entry zu suchen und ich habe geschrieben nein hat mehrere gründe erstmal wenn wir sehen wir haben eine starke abwärtsbewegung gehabt und dann die ganze zeit unsere hochs fallen weiter wir bilden hier einen widerstandsbereich spricht er für so klassischen breakout was noch dagegen spricht ist schaut euch mal die kerzen an wir haben sehen wir die kerzen sehr starke schatten erst einmal nach unten gehabt dann nach oben dann mal wieder nach unten wieder nach oben wieder nach oben jedes mal wenn der markt man sieht häufiger und die bewegungen man stärker nach oben also das jetzt nicht das war so der initial abwärts move aber danach haben wir quasi 1 2 3 4 5 mal quasi in jeder kerze wird das hoch angetestet dynamisch markt kommt dynamisch zurück und das 45 mal hintereinander und hier unten ist er so der markt findet einen kleinen support aber auch nicht so besonders und wir haben sogar schon hier leicht das tief gebrochen spricht er dafür dass der markt weiter runter geht deswegen würde ich jetzt nicht direkt ein short suchen aber auf keinen fall jetzt und mein long suchen weil der markt absolut jedes mal wieder zurückgekauft wurde sobald wir quasi wieder eingelaufen sind in die long richtung also auf keinen fall jetzt hier ein trade gegen die richtung suchen das macht keinen sinn da next hat er markiert ist diesen high volume bereich wird angetestet markt ist abgeprallt markt ist noch mal runter ist abgeprallt ist okay sowas zu trade aber man sieht ja schon der markt hat das hier gebraucht man darf es nicht einfach blind machen erst halt rein nachdem der markt ein paar tics angelaufen ist dann hat dann ist es okay wenn stop hier unten hin packt aber muss einmal warten bis der markt auch wirklich an läuft ist aber vom timing her gute einstieg hinzubekommen sowas zu traden ist schwer weil man kann schnell in sehr viele bewegungen rein interpretieren dass der markt dann läuft man kann auch hier reingehen dass der markt anläuft man kann auch hier reingehen dass der markt anläuft man kann es aber auch hier machen oder hier machen und dann bricht der markt vielleicht noch das tief und testet das ganze hier wieder an das heißt das konstant hinzubekommen vernünftig reinzugehen in einem bereich wo man sieht okay der markt läuft jetzt wirklich an ist nicht so einfach aber man kann es traden aber gute einstiege zu bekommen und nicht ins overtrading zu kommen oder hier halb 1000 fehltrades reinzuballern ist deutlich schwerer dann das hier dann der long trade ist eine schöne range relativ weit oben schon in der range drin und er wollte halt auch wieder nennen dass der markt anläuft und dann rein ist alles ein bisschen spät da sind jetzt auch mir wurden natürlich nur gewinnt geschickt ich habe jetzt keine verlusttrades bekommen man weiß natürlich jetzt nicht wie viel fehltrades oder sonst was hier vorher in der seitwärtsphase rausgeballert wurden deswegen kann nur zu den trades was sagen aber das ist auch das geht alles schon ein bisschen in die richtung dem markt hinterher laufen und darauf warten dass sich bewegung bildet ist immer die gefahr dass man halt schlecht reinkommt teure stops hat oder halt auch oft viel zu weit von den extrempunkten weg rein geht da muss man immer darauf achten naja hier ist quasi ist mein short beispiel mal aber auch dass der markt andere damit mal gucken werden wir hier zweimal auch stark das tief abgelehnt und dann hier rein zu handeln ist auch immer ein bisschen risky wir haben zwar hier deutliches an deutlichen anstieg am volumen muss man auch immer aufpassen dass man dann lieber ein stück weiter oben rein kommt das ist gerade noch so grenzwertig oder ich hätte er gar nicht gemacht weil wir hier auch wieder direkt widerstands bereiche also wir haben so viele bereiche hier wo der markt potenziell drehen kann in sowas rein zu traden ist immer ein bisschen riskieren wo viele punkte wo der markt sich schwer tun kann und wir sind gehen wieder mittig in so einer seitwärtsphase rein würde ich immer stark von abraten das sieht man jetzt gut aus bei einem wind trade aber kann auch ganz schlechte einige trades raushauen die hat alle im verlust enden so hier wird man short wir haben schön boden gebildet sind einmal schön hoch und dann ist er reingegangen als short ist kritisch wir sind zwar leicht abwärts aber wir haben auch massiven boden gebildet massives umkehrsignal gehabt und dann einfach nur bei der markt ein paar tics zurück bei short reingehen immer die gefahr dass es einfach nur kleiner pullback ist und dann geht auch aufwärts momentum weiter weil wir jetzt mal wieder gucken wenn wir hier wieder so eine range quasi dies gebildet hat und wir sind wieder so um die mitte rum rein das ist immer so ein punkt immer vorsichtig sein mit den entries so dass jetzt wie der trade fortgesetzt und folge sich fortgesetzt hat ist halt runtergeballert hat er halt glück gehabt hätte genauso gut auch in einem pullback enden können weiß man zu dem zeitpunkt des entries nicht so hier dann short gemacht wenn wir sehen hier hat man schon markt ist hat den widerstand gebildet ist gebrochen ist zurückgekommen hat support gefunden sowas gegen sowas zu traden nur weil ein bisschen im balance reinkommen momentum reinkommt ist sehr risky das hier kann immer noch als super support halten wir prallen sofort wieder ab und dadurch dass wir sehr nah an der edge und ran sind ist man sie kann man auch sehr schnell wieder ausgestoppt sein auch wenn so ein trade jetzt aufgeht im nachhinein ist es sehr 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 risky solche trades zu machen weil die hat auch ganz oft schief gehen hätte man das hier vorher mal gemacht wenn man direkt raus also ist nicht so einfach und sinnvoll zu traden dass das jetzt geht auch wieder in die richtung abwärtsbewegung wir kommen stück zurück wir brechen das tiefer wir sehen hier schon dass der markt auf massiven widerstand stößt und dann nochmal in diesen widerstand reinzustoßen nachdem der markt schon komplett zurückgekauft wurde ist sehr 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 risky auch wenn der trade aufgeht vom setup her an sich ist es sehr risky gegen einen abgelehnten bereich zu handeln so dass wir zum beispiel da sehen wir was wir sehen was eine haltedauer hier war der entry stop war hier oben und der trade war sehr lange hier natürlich im minus weil in eine aufwärtsbewegung reingeschautet wurde entry wahrscheinlich relativ früh auch und dann hat man halt eine lange haltedauer ist dann hier unten raus war ja okay der trade aber seit 20 minuten oder 15 minuten die man in so ein trade drin ist und werden genauso gut hier auf support stoßen können der markt wieder hoch und dadurch dass wir dann so tief rein sind haben wir hier oben teuren stoppen das ist immer risky da muss man aufpassen hat einmal minus trade gehabt das ist dann genau das was wir kommen wir steigen leicht an markt hat die unten in support in den support wird reingehandelt man wird ausgestoppt und hat das hier hat er jetzt hier noch mal den short quasi gesucht was der deutlich bessere einstieg gewesen wäre weil das dann hier ein vernünftiger pullback bereich ist aber was ist auch wieder dagegen spricht dass wir steigen jetzt die ganze zeit an was sehr risk ist weil wir oben jetzt auch eine verdichtung haben dass immer die gefahr besteht dass das auch wieder in aufwärtsmomentum endet das heißt wenn man so short macht muss man sehr weit oben rein wie auch reingekommen es muss ein sehr enges stopp management haben weil dieser bereich unten hat jederzeit auch wieder als support dienen kann und dann brechen wir sofort diesen bereich hier oben wo jetzt quasi der stopp liegt so next wir haben eine sehr lange seitwärtsfase wenn wir das mal angucken 1 2 3 4 5 6 dass die siebte kerze seitwärtsfase ist wirklich sehr 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 lange ich würde solche phasen immer meiden es ist super risky in solchen phasen trades zu machen er ist jetzt aufgegangen klar aber wir sehen auch keine alten trade neben keinen alten trader vorgemacht ist weil er die trades eingezeichnet hat kein trade gemacht hat lange gewartet ist okay ich würde aber immer abraten in seitwärtsfase trade zu machen ist sehr 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 risky besser warten dass sowas verlassen wird und dann weiter train weil ihr schaut doch sonst euch sieben kerzen seitwärtsfase an dass man immer dazu sagen das ist nicht geil lieber oben und unten alert hinlegen warten bis der markt diesen bereich verlässt und dann wieder traden weil das will sich keiner die ganze zeit angucken dass da wird man bekloppt bei das lohnt sich nicht man muss man denken wenn man das den ganzen tag macht und schaut sich stundenlang seitwärtsphasen an und vielleicht irgendwann trade zu machen das ist für die masse nicht realisiert worden das kostet auch sehr viel konzentration und die kann man dann lieber in andere bereiche stecken und was ich auch mal sagen wenn ihr auch wenn ihr demo handelt oder trade schickt handelt ein kontrakt handelt nicht 2345 kontrakte und lasst euch auch nicht geld anzeigen lasst euch tics anzeigen dass er lernt den tics zu denken und nicht in geld das kann sehr schnell schief gehen wenn man dann mal echt geld tradet und dann natürlich nicht so viel gescheit oder wenn man so viel size tradet schrottet man sein konto schnell also es ist immer besser wenn man mit einem kontrakt anfängt und sich tics anzeigen lässt und versucht den tics zu denken weil das ist viel viel wichtiger was haben wir hier haben jetzt einen starken counter bei sowas immer starke aufwärtsbewegung stark abwärtsbewegen erst dann rein nachdem noch im balanzen kam und dann noch mal ein stück später das ist ein sehr sehr tiefer einstieg wenn wir jetzt gucken wie weit wir schon mit aufwärtsbewegung was wir schon wieder für ein stück korrigiert sind bis zu seinem bis zu seinem entry hier unten haben wir dann das nächste support level das ist keine besonders große strecke die wir hier zurücklegen können er hat einen schönen kleinen stopp das ist gut aber es ist halt auch ein sehr hinterhergelaufen dem markt und das ist nie gut wenn man dem markt hinterher läuft das geht halt schnell schief muss man wirklich aufpassen so ein trade haben wir gerade verpasst und das hier quasi starkes momentum markt stabilisiert sich und dann als bruch durch so eine edge zone ist er halt quasi nachdem der markt viel volumen gebildet hat und das tief bestätigt hat rein das ist okay hier hat man wenigstens ein gutes stopp level durch das starke momentum ist natürlich trotzdem auch markt hinterhergerennen auf der einen seite aber das wiederum als setup ist voll okay ich hoffe das video hat euch gefallen ihr konntet alle ein bisschen was lernen ihr konntet aus den trades ein bisschen was lernen konnte euch was raus raus schneiden was euch weiterhilft beim trading solltet ihr irgendwelche fragen dazu haben oder auch mal in so eine user trade besprechung rein wollen oder habt sonstige fragen schreibt mir gerne auf discord ansonsten wenn ihr live trading sehen wollt kommt in den live trading rum auf patreon haben wir jeden mittwoch 18 bis 20 uhr live trading am wochenende webinare einmal die woche traden wir vormittags auch die orex ansonsten habt einen schönen tag gebt dem video einen daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten video macht's gut leute ciao ciao